Der HSV musste heute gegen Preußen Münster einen aufspielen und hat eine Reaktion gezeigt nach Hannover, nach dieser schwachen, nach dieser erbärmlichen Leistung, man kann es nicht anders nennen, hat man wirklich einen Kontersieg eingefahren, 4-1 gegen Preußen Münster und hat eine solide, eine sehr, sehr gute Leistung eigentlich gegen einen Aufsteiger gebracht. Zu Hause sollte man aber immer wieder diese Punkte holen, das ist immens wichtig, aber das ist natürlich auch schwierig, weil ein Aufsteiger, gerade auch so ein Preußen Münster, ist natürlich hoch motiviert, bis auf die Zehen, bis auf die Knochen und die wollen natürlich auf jeden Fall irgendwie einen Punkt aus Hamburg entführen, das ist für die ein Erlebnis, das ist wie Champions League für die in Hamburg eben spielen zu dürfen. Ja, und der HSV hat seine Aufgaben richtig gut gemacht. Was ist? Ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Ich habe nichts mehr anderes zu sagen. Nein, ich habe... Nein! Kritisieren? Ich habe nichts zu kritisieren. Ich soll... Ja, okay. Also ich darf doch noch nicht gehen, denn natürlich, ich bin der Kick-On und ich habe natürlich immer mal wieder, ja, ein paar Fehlerchen gefunden, die mir nicht so gut gefallen haben, aber wie gesagt, das ist wirklich Peanuts. Das ist wirklich heute wirklich Peanuts, weil, ne, es war nicht alles eine 1 plus mit Stern. Es haben mich zwei, drei Faktoren ein bisschen, ja, genervt und zu denen kommen wir auch gleich, aber zuallererst mal wirklich Lob an diese Mannschaft, Lob an diese Reaktion und ich fand es komplett richtig, dass ein Reiß auf die Bank gesetzt worden ist. Ein El Fati, für mich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste heute und kommen wir zu unserem Jungstar. Ich habe auch gedacht, ey, der muss natürlich herangeführt werden, aber jetzt gleich so eine große Rolle zu übernehmen, so ein Dom P zu ersetzen, schwierig. Und Leute, ich war den Tränen fast nahe, denn ich habe einen jungen Mann gesehen, der nicht nur schnell ist, der auch was mit dem Ball kann, der dribbeln kann, der flanken kann. Wirklich, wenn wir unsere Nummer 18 zum Vergleich nehmen. Ich sag's, du wirst es, Baldy ist besser. Baldy ist schon jetzt tausendmal besser wie unsere Nummer 18. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber der bringt Schnelligkeit ins Spiel, mit Ball sogar, kann passen, kann flanken, ist frech und zieht natürlich auch ins Innen und hat auch einen guten Schuss. Also, ja, für mich, Baldy wirklich jetzt schon auf dem Flügel eine extrem gute Verstärkung. Wenn ich natürlich auch, wie immer, lobend erwähnen muss, ist einfach Daniel Fernandes sicher. Hatte eine Unsicherheit drin, da dieses, ja, dieser Rückpass, dazu kommen wir gleich zu den Faktoren, die mir eben nicht so gut gefallen haben, aber ein Fero trotzdem solide, Bobby Klatzel, wirklich eine Maschine, der kommt rein, zwei Tore und gut ist, also Schicht in Schacht. Ein Königsdörfer, sehr, sehr blass geblieben, aber bei dieser Situation, bei dieser Einaktion dann Klatzel perfekt in Szene gesetzt und super diesen Pass gespielt, also auch eine sehr, sehr gute Leistung vollbracht. Ein Karabetz war für mich ein bisschen, ja, unter dem Radar in diesem Spiel, aber das ist ja gar nicht mal so schlimm, also er ist mir nicht negativ aufgefallen. Hinten hat sie Kadunisch, muss man ehrlich sagen, ich bin ein sehr, sehr großer, ja, Kritiker gewesen von diesem Spieler. Ich muss sagen, der macht seine Aufgabe bisher richtig, richtig gut. Ein Hefti, hat mir auch gut gefallen. Muhheim, muss ich sagen, wieder mal wieder, defensiv nicht ganz so gut. Klar, er hat diesen einen Ball an der Mittellinie abgefangen. Trotzdem muss ich sagen, ich sehe ihn nicht als Innenverteidiger. Ich sehe ihn wirklich mehr in der Offensive drin, gerade auch auf den Außen. Da ist er extrem, extrem stark. Also gerade in der Offensive, man hat es gesehen, Standards, Flanken, das liebt er. Gerade auch sein Schuss ist auch so wichtig, seine Weitschüsse, die vermisse ich ein bisschen. Weil in der Innenverteidigung, da sehe ich ihn nicht drin. Da sehe ich ihn wirklich nicht drin, ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir einen neuen Innenverteidiger, wie dann Steffen Baumgartts Konstrukt eben aussehen wird. Aber ich bin guter Dinge, ich bin wirklich guter Dinge. Miro Muhheim, kein IV für mich, eher so ein LM, ein linker Mittelfeldspieler. Eher in der Offensive als in der Defensive. Aber wirklich, von allen war das heute eine konzentrierte Leistung. Und Wahnsinn, Wahnsinn, wie easy es sein kann, HSV-Fan zu sein, wenn die Truppe einfach mal Vollgas gibt bis zum Ende. Dann ist, warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Natürlich muss gesagt werden, es war nur Preußen Münster. Trotzdem muss gesagt werden, es war Preußen Münster. Und wir haben oftmals gegen solche Gegner Punkte liegen gelassen. Und Preußen Münster, das war nicht so, dass die Chancen los waren. Der HSV war eiskalt, der HSV hatte einfach mehr Qualität. Aber Preußen Münster, also an alle Fans, die das sehen, ich muss applaudieren, weil ihr habt wirklich eine super Partie, meines Erachtens, vollbracht. Weil ihr hattet Chancen, gerade auch diese weiten Einwürfe, die haben mir extrem, extrem gut gefallen. Wie ihr spielt, wie offensiv ihr agiert, das erinnert mich ein bisschen an Heidenheim. Also wirklich mehr davon. Wenn ihr weiterhin so mutig bleibt, dann garantiere ich euch den Klassenerhalt. Also Preußen Münster hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch der HSV, das kann ich, das ist klar, natürlich. Jetzt kommen wir natürlich zu den Kritikpunkten, die sind wirklich, also Lacher wert. Obwohl einer, der macht mich wirklich sehr, sehr rasend. Aber kommen wir zuerst mal zum einen, diese Rückpässe zum Torhüter. Also ich weiß nicht, warum der HSV nicht aus seinen Fehlern lernt. Klar, man kann sich gut durchkombinieren und es hat auch ein, zwei, dreimal gut geklappt. Aber oftmals ist da so eine Hektik drin. Und wenn Preußen Münster richtig, richtig aggressiv anläuft und ein bisschen mehr Wache ist oder einen Schritt mehr macht, dann ist das extrem, extrem gefährlich, was der HSV macht. So oder so, diese Rückpässe zu Heuer-Fernandes und dann wieder auf die Innenverteidiger abspielen, anstatt einen langen Ball zu schlagen. Ich werde es niemals verstehen. Ich werde es niemals verstehen, gerade bei so einer Situation, wenn nicht der Gegner anläuft. Also es ist ja nicht mal so, dass der Gegner irgendwie steht oder so Standfußball spielt. Nee, die wollten ja wirklich den Ball haben. Die wollten ja, die haben ja wirklich gedrückt. Also wo das 3-1 passiert ist, da hat man gemerkt, oh, Preußen Münster, die haben Blut geleckt. Und dass man dann da irgendwie, ja, weiterhin so versucht, hinten zu agieren. Und da kommen wir auch zu meinem zweiten Kritikpunkt, die zweite Halbzeit. Also der Anfang der zweiten Halbzeit hat mir nicht gut gefallen. Denn das war wieder, dieser HSV, passiv. Diese Passivität, die mir wirklich, wirklich gegen den Strich geht. Man hat nicht mehr aufs 4-0 eben hingegeiert, sondern wollte wirklich so, ja, mal gucken. Ja, Preußen Münster kann ja eh kein Tor erzielen. Und dann haben sie das Tor erzielt und dann hat man gemerkt, oha, oha, jetzt kann was gehen. Und Preußen Münster hat wirklich Blut geleckt. Und hätten die da das 3-2 gemacht, uh, schwierig, 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 schwierig. Aber wir haben es richtig eisekalt gelöst. Gute Konter gefahren, wie ich finde. Beide, sei Dank. Und jetzt kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt. Und da muss ich wirklich sagen, ich muss einen Spieler rausnehmen, der mir natürlich mal wieder nicht gefallen hat. Er kam rein für unseren Robert Glatzel, unser zweiter Stürmer Davy Selke. Und ich weiß, viele von euch sagen jetzt, ach, der Typ wieder, der Typ hat so einen Hass gegen den Typen. Nein, aber ich krieg's kotzen, wirklich. Ich krieg es, ich krieg zu viel, wenn ich sehe, dass wegen einem anderen Spieler eine vielversprechende Offensivaktion abgefiffen wird. Also ich kann mich daran erinnern. Ich glaub noch nicht mal, dass Balde da im Abseits stand. Balde, langer Ball auf Balde. Balde rennt die Außenbahn nach vorne. So, einmal ertönt er ein Pfiff. Ich hab zuerst gedacht, ach ja, wegen dem Abseits. Und dann hab ich nochmal genauer hingeguckt. Ein Selke hat einem Gegner einfach weggeschubst. Ich weiß nicht, keine Ahnung, hast du das von Schonlau jetzt irgendwie kopiert? Obwohl, nein, du hast schon immer so gespielt. Und deswegen mochte ich dich noch nie als Stürmer. Das sind solche dummen, dummen Fouls, die einfach so eine vielversprechende Offensivaktion zunichte machen. Und ja, also generell, ich mag einfach solche Spieler nicht. Die denken, ach ja, im Zeitalter des VRRs, man sieht sie nicht. Werde ich niemals verstehen. Das werde ich niemals verstehen. Und deswegen ist Selke für mich ganz klar eine Schwächung gewesen. Vorne drin, wo er reinkam. Sogar ein Richter hatte noch am Ende die Chance auf ein 5 zu 1, auf sein erstes Tor beim HSV. War auch sehr, sehr unsichtbar. Aber am Ende hin hat man ihn wenigstens gemerkt. Aber ein Selke, dem werde ich einfach nicht warm. Aber das waren auch schon alle meine Kritikpunkte. Mehr gibt es nicht zu sagen. Baldetop, Elfhardtetop. Alle, alle. Die Anfangself hat mir extrem, extrem gut gefallen, muss ich sagen. Und so kann es weitergehen. Hoffentlich, hoffentlich. Denn das große Manko ist, konstant. Konstant Leistung bringen. Und jetzt heißt es auch, konstant mal 2, 3, 4, 5 Siege einfahren. Und nicht nur immer nur einen. Und dann wieder ein Unentschieden. Und dann wieder eine Niederlage. Nein, Sieg, Sieg, Sieg. Und immer 100% geben. Und dann kann man mir auch das Maul stopfen. Und dann habe ich auch kaum was zu sagen. Ihr merkt schon. Also, so einfach ist es. So einfach ist es. Also, ich bin fertig. Wir sehen uns. Ciao, ciao.